Hi, wir sind Hotto Music und mein Name ist Julian und mein Name ist Martin und wir haben heute etwas Großartiges zu verkünden. Und zwar beginnt heute der Vorverkauf unseres originalen Egerländer Festivals. Dieses Jahr haben wir mit euch einen super Livestream gefeiert, live aus dem Zirkus Krone mit zwei Bands und nächstes Jahr möchten wir mit euch gemeinsam und acht Bands ein Live-Festival feiern und zwar Ban Martin. Genau, am Vatertag, am 26. Mai 2022 möchten wir mit euch allen das größte Blasmusik Open Air Deutschlands feiern und zwar im Tanzbrunnen Köln in der guten Launestadt. Und wo dieser Tanzbrunnen liegt, das zeigen wir euch jetzt mal genau. So, herzlich willkommen beim Tanzbrunnen Köln, von oben sozusagen. Hier seht ihr das komplette Gelände des Tanzbruns. Wie perfekt dieser mitten in Köln liegt, das zeigen wir euch jetzt mal. Wir gehen in Richtung Hauptbahnhof und den Kölner Dom. Das sind circa 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Hier auf der linken Seite seht ihr schon den Hauptbahnhof und rechts den Dom. Also perfekt für An- und Abreise mit dem Zug. Jetzt habt ihr unsere grandiose Location, den Tanzbrunnen Köln, kennengelernt. Ja, aber was wäre ein Festival ohne Bands? Die möchten wir euch jetzt mal genau zeigen. Martin, bitte einschalten. Ja, aber was wäre ein Festival ohne Bands? Jetzt habt ihr die wichtigsten Sachen für unser Festival kennengelernt. Die Location und die Bands. Aber natürlich haben wir auch einige Überraschungen für euch vorbereitet. Ja, das stimmt allerdings, Martin. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.hutemusic.com. Wir haben drei Ticketvarianten für euch vorbereitet. Auch ein Fanpaket und ein All-In-Fanpaket. Aber was da drin ist, das findet ihr unter www.hutemusic.com. Wir und unsere Partner freuen uns riesig auf den Vatertag auf den 26. Mai 2022 mit euch allen gemeinsam unser Festival im Tanzbrunnen Köln zu feiern. Wir stoßen jetzt schon mal an und freuen uns dann darauf, mit euch dort anzustoßen. Der Vorverkauf geht los.